Und herzlich willkommen zum Südwind-Straßenfest 2016. Ich finde es ganz schön, dass so viele Leute dabei sind. Wir haben da mittlerweile drei Glücksengel auf der Bühne, was ich wunderbar finde. Und ich frage jetzt mal, wie ist denn dein Name? Ähm, Aira. Super Duck, gesponsert von einem sehr sympathischen Fahrradshop, nämlich Mistelbiker im 8. Bezirk in der Florianegasse. Und wir möchten uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei diesem Radshop bedanken. Und jetzt bitte ich mal... Und ich frage jetzt mal, Lena, willst du die Erste sein, die eine Karte zieht? Ja, ganz fest. Noch einmal. Und jetzt nimm eine Karte raus. Wow. Und wir haben schon einen Gewinnerin oder einen Gewinner. Und jetzt nimmst du die Erste sein, die eine Karte rauskommt. Und jetzt nimmst du the gold Maria. Und jetzt nimmst du die Erste seinfer in der Berlin-Bayern. Und dann guckst du die Enejzen, wo du reinります. Und dann developments in� die Erste des Karte rauskommt. Und dann wけ lauf ihre Krise herband. Und dann nimmst du die Erste, also die Erste des Super Karte rauskommt. Und dann sehen sie zum Beispiel zu derernaufe. Und dann geht's um jeden gute Erste. Und dann kommt jetzt neunst du den Hanf. Und dann ist wie eine Karte BONdi-Carte alt-Suhleee. Und dannigmatst du die Bühne die Welt APARB-Azion Und dann könntest du mit der Kam persone auf. Bis zum nächsten Mal.